hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe vom kerzenschnack zur ausgabe nummer 5 bereits wir hatten ja jetzt eine woche länger pause zwischen den ausgaben einfach weil es quasi die nächsten folgen so ein bisschen intern besprochen und bearbeitet haben und ab heute geht es dann wieder 14 täglich weiter wie gehabt und wir haben wieder neue spannende kerzen und wachsthemen für euch parat und legen heute gleich mit einer wie ich finde recht interessanten frage los ich sag mal alle duftnasen unter uns und schätzungsweise 100 prozent der leute die sich dieses video anschauen ja ich sag mal wer sich mit duft kerzen mit dürften mit mit raumbeduftung generell befasst wird sich ja auch sicher schon mal ein bisschen intensiver generell mit ja mit dem duft mit als oder mit mit dem geruchssinn als sinnesorgan befasst haben und ist eigentlich eine sehr sehr spannendes und interessantes feld was so eigentlich im ich sag mal im alltag ja relativ wenig beachtung erfährt sagen wir es mal so ja und demzufolge wollen wir uns heute mal so ein bisschen mit der frage befassen wie sich quasi ja beim düfteln oder beim genießen von kerzen das duft empfinden eventuell verändern kann im laufe der zeit ob das der fall ist würde mich natürlich auch mega mega interessiert ob das bei euch der fall ist dass ihr festgestellt habt im laufe der zeit seit ihr begonnen habt mit dem dürften kerzen duft kerzen zu genießen duft kerzen anzuzünden oder zu warm wachsmelz oder mit wachsmelz eure räume eure wohnung euer zu hause zu beduften ob ihr das festgestellt habt bei euch oder auch bei familienmitgliedern eventuell dass ich euer geruchssinn oder euer duft empfinden wie ihr dürfte wahrnehmt im laufe der zeit verändert hat und ich finde das eigentlich relativ spannend und wenn man sich da mal auch so ein bisschen ja näher mit befasst und so ein bisschen einliest ja im endeffekt viele von uns denken ja der duft man nimmt halt gerüche war er das ist halt so punkt ja aber im endeffekt ist der geruchssinn wirklich auch ein sinn den man schulen kann die man trainieren kann ähnlich wie ein muskel ja es gibt zwar wirklich ich sag mal therapeutische ansätze wie man wirklich sein geruchssinn schulen kann und seine geruchswahrnehmung intensivieren kann und ich denke mal auch jetzt gerade so ein bisschen mit kofi 19 im hinterkopf hat das glaube ich auch wieder so ein bisschen noch an an brisanz und wichtigkeit gewonnen ja weil ich sag mal vorher vor corona ich sag mal war waren krankheiten wo man vielleicht eventuell den geruchssinn verliert jetzt nicht so wirklich ab von präsent in unseren köpfen aber ich denke mal jetzt durch corona hat auch jeder und kennt auch jeder wirklich in seinem freundeskreis familienkreis personen die an corona krank sind die eventuell kurzfristig oder längerfristig ihren geruchssinn verloren haben oder zumindest ein teil des geruchssinns einbüßen mussten und eventuell gerüche nicht mehr wahrnehmen können oder nicht mehr so intensiv wahrnehmen können wie vorher oder einfach auch anders wahrnehmen ja und da gibt es ja auch wirklich wie gesagt therapeutische ansätze wo man dann wirklich mit intensiven geruch auch versucht das geruchsempfinden dass das ja das sinnesorgan wieder zu schulen ja da wird dann wirklich empfohlen ich glaube über sechs bis acht wochen oder ich weiß nicht mehr so ich habe es auch mal gelesen an verschiedenen intensiven parfümölen oder ätherischen ölen duftölen zu riechen die dann quasi ich sag mal diesen geruchssinn wieder schulen sehr sehr interessantes thema also wer da interessiert ist kann da mal so ein bisschen rumgoogeln und sich da ein bisschen tiefer einlesen sehr sehr spannend und da werden auch wirklich verschiedene bereiche oder eigentlich sämtliche bereiche der geruchswahrnehmung abgedeckt da sollte man glaube ich an einem eukalyptus öl riechen an einem zitronen öl an zitrischen öl an einem rosen öl also dass man wirklich so dieses florale das zitrische das ätherische diese verschiedenen bereiche alle abdeckt ja und so kann man dann wirklich auch sein 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 geruchs oder sein wahrnehmungs organ das riechorgan wieder schulen und und wieder entwickeln oder auch einfach weiterentwickeln und das finde ich eigentlich mega mega spannend weil ich glaube wenn man ich sag mal wenn man darüber nachdenkt ja zu trainieren irgendwas zu trainieren um es zu verbessern denkt man in den seltensten fällen eigentlich über die geruchswahrnehmung oder über das sinnesorgan nase nachher ja und auch wie gesagt parfümeure die die haben ja nicht von 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 beginn an ich sag mal die perfekte nase und den den perfekten geruchssinn und ich hatte mal ein interview gesehen mit einem parfümeur der auch berichtet hat nachdem er mit seinem job aufgehört hat nachdem er in rente ging und nachdem er quasi nicht mehr so intensiv mit seiner nase gearbeitet hat dass einfach sein geruchssinn oder diese diese perfektion auch sehr sehr stark und sehr sehr schnell wieder abgeflacht ist und nachgelassen hat was ich auch sehr sehr spannend es ist wirklich auch wie ein muskel den man eigentlich kontinuierlich trainieren muss und trainiert ja und das finde ich eigentlich sehr sehr spannend weil im endeffekt tun wir das ja in dem wir bewusst gerüche genießen ja mit unseren duftkerzen mit unseren wachsmails und da muss ich auch sagen habe ich bei mir auch veränderungen auf der im laufe der zeit feststellen können und auch bei meiner mutter ich will das erste beispiel einfach anbringen meine mutter die ist jetzt 80 jahre alt und solange ich denken kann hat sie eigentlich einen relativ ja schwach ausgeprägten geruchssinn relativ schwach ausgeprägten geruchssinn also ich kann mich ganz ganz oft erinnern dass an einer von uns mal damals früher gesagt keine ahnung es richtig irgendwie angebrannt oder was auch immer verschiedene gerüche dass sie gesagt haben richtig nicht ich bin jetzt also ja also wie gesagt ihr ihr geruchssinn war irgendwie nicht so ausgeprägt war einfach fakt hat einfach jeder irgendwie auch so hingenommen und was ich mega mega spannend finde dass eigentlich fing das erst so am anfang letzten jahres an dass ich sie auch so ein bisschen mit duftkerzen und wachsmails angefixt habe im prinzip als ich selbst auch angefangen habe eigene wachsmail zu gießen eigene duftwerk zu gießen habe ich ihnen halt immer so ein bisschen mitgebracht und und fand sie auch ganz hübsch und ganz toll aber sie konnte halt auch nicht nicht wirklich viel davon wahrnehmen im endeffekt ja das hat sich die dann auch so hingelegt weil sie hübsch war aber wie gesagt konnte da auch nicht so wirklich viel wahrnehmen und dann im letzten jahr fing es da so ein bisschen an dass sie festgestellt hat dass sie dann dürfte und so ätherische dürfte balsamische dürfte als das in diese richtung geht sehr sehr wohl und sehr sehr gut wahrnehmen kann und so fing es dann an dass die dass sie sich eine duftkerze mit tannenduft hingestellt hat und dass sie sich dann eine duftblume ins badezimmer gestellt hat mit tannenduft in dem fall von sensi und das hat sie super wahrgenommen war da auch mega mega begeistert von fing dann auch so ein bisschen an haben wir dann auch eine duftlampe elektrische duftlampe geschenkt und fing dann auch ein bisschen an unsere wachsmail ist meine duftlampe zu packen auch wenn sie jetzt nicht so wahnsinnig viel davon wahrgenommen hat aber ich habe auch gesagt komm mensch die sieht auch so schick aus macht doch einfach so nie wird das schlimm und wir stellen wachse her und ich bring mir immer ein bisschen mit und das ist nice so und jetzt gerade ist es glaube ich drei vier wochen her und das fand ich echt mega faszinierend hat sie von sich aus wirklich sagt also ich hatte noch mal gucken warum überrascht dass sie wirklich auch immer regelmäßig neuen wachs in der lampe hatte weil ich dachte gut sie wird den reinpacken und dann wird er wahrscheinlich da auch die fünf wochen vor sich hin brutzeln aber sie hat ihn dann auch wirklich regelmäßig gewechselt und wie gesagt jetzt vor kurzem hat sie dann gesagt dass sie mega mega überrascht ist dass sie dürfte jetzt viel intensiver waren dass sie manchmal ins zimmer kommt und dass sie überrascht steckt was das ja also was sie was sie früher so nie erlebt hat das fand ich mega fassen hat mich auch total gefreut und aber jetzt auch natürlich die hoffnung dass das ein bisschen bisschen mehr dann auch von von anderen dürften auch wahrnehmen kann abseits oder jenseits von von tannen nagel dürften das fand ich zum beispiel schon mega faszinierend dass wirklich dieses über mehrere monate hinweg bewusst dürfte oder der nase dürfte auszusetzen macht das sind dann gibt der satz sinn ja ich hoffe dass das offensichtlich einen unterschied gemacht hat und das fand ich wirklich echt faszinierend dass wirklich dann live mal zu hören ohne dass man jetzt darauf angelegt hat im endeffekt ja und wie gesagt aber ich merke es auch ganz ehrlich bei mir selbst dass ich im laufe der zeit meine duft wahrnehmung verbessert hat und auch verändert hat ja also ich bin oder ich kann mit hundertprozentiger sicherheit sagen dass ich definitiv je mehr ich über die jahre hinweg auch dürfte bewusst genieße ja duft kerzen anmache wachsmilz anmache raumbeduftung dass ich dürfte viel wie soll ich sagen vier schichtiger wahrnehmen und auch einzelne komponenten definitiv viel viel besser wahrnehmen kann und auch ja einfach differenzierter wahrnehmen kann also wo ich vielleicht vor ein paar jahren an der an der duft kerze kochen hat gesagt ja gut ist ein süßer duft oder ja ist halt ein fruchtiger duft dass du im laufe der zeit je mehr du wirklich bewusst dich mit düften auseinandersetzt und auch ich sag mal guckst was nimmt die nase war was nimmst du war was kommt bei dir an wonach soll es riechen und versuchst du ein bisschen diese einzelnen komponenten auch raus zu riechen und die dann auch in unterschiedlichen kombinationen riechst in unterschiedlichen kerzen unterschiedlichen wachs ich glaube das macht schon sehr sehr großen unterschiede man man lernt dadurch wirklich ohne dass man es jetzt bewusst lernen möchte aber einfach automatisch viele viele verschiedene duft komponenten viel besser und differenzierte voneinander wahrzunehmen und das verändert meiner meinung nach also erst mal verändert es meiner meinung nach oder für mich einfach auch dass das erleben von dürften und auch dahingehend ein bisschen was mir persönlich gefällt und was nicht ja weil wenn du ich sag mal wenn du diese vielschichtigkeit der duft komponenten besser wahrnimmst ja und die einzelnen unterschiedlichen komponenten besser wahrnimmst unabhängig voneinander auch magst du eventuell auch plötzlich düfte oder duft kombination die dir vorher eventuell gar nicht so gefallen haben oder halt auch im umgekehrten sind kann es natürlich auch der fall sein und es fällt mir auch immer wieder auf dass ich zum beispiel eigentlich immer ich mochte wirklich so intensiv würzige dürfte so zimt dürfte mit zimt richtig die voll zimt dröhnung sind irgendwann elke kardamom also wirklich so richtig intensiv würzige dürfte mochte ich immer sehr 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 gern und deswegen fand ich auch immer die weihnachts dürfte mega die hat so voll die die gewürzbombe waren und ich muss sagen so ich glaube sogar vorletztes jahr schon aber definitiv erst im letzten jahr habe ich gemerkt dass ich das einfach nicht mehr es ist zu viel ist so viel für meine nase ist viel für mich also sobald dürfte wirklich sehr sehr viel würzige komponenten haben und die wirklich intensiv rauskommen kann ich nicht mehr momentan eventuell ändert sich das wieder ich habe keine ahnung aber das fand ich eigentlich sehr sehr interessant dass ich sag mal was was ich wirklich immer wirklich mochte mir plötzlich too much ist und ich plötzlich nicht mehr so in der art und weise genießen kann ja also so eine leichte zimt note zu weihnachten kein thema mag ich nach wie vor aber aber sobald es zu gewürzlastig wird zu zimt lastig wird bin ich raus also kann ich nicht weiß nicht das hat sich definitiv verändert weil da wie gesagt hatte ich früher nie probleme ganz ehrlich ja und genauso blumige dürfte ich bin nach wie vor kein blumen mädchen ja ich bin dann eher so ich mag er so die holzigen schweren dürfte maskuline dürfte ich sag mal alles was in die kuschelige in die maritime richtung geht aber blumendürfte war noch niemals also ganz ehrlich ich liebe die natur wir sind super gern draußen und ich liebe auch blumen und frische blumen am frischen blumen aber sobald es um ich sag mal die fische um künstliche raumbeduftung geht komme ich mit mit blumendüften bin ich nie nie warm geworden also sie haben mir teilweise wirklich sogar kopfschmerzen gegeben ich sag mal dass das sich eine leichte leichte übelkeit empfunden habe also blumendürfte und besonders wirklich so intensiv schwere blumendürfte kann ich nicht geht gar nicht bei mir und da muss ich auch sagen dass ich langsam aber sicher mehr blumendürfte genießen kann ich habe immer noch ein problem mit sehr sehr intensiv süßlichen schweren blumendürften mai glöckchen zum beispiel was in dieser richtung kann ich gar nicht oder auch so einen ganz intensiven duft von lili hier zum beispiel habe ich auch ein großes problem mit nach wie vor aber ich merke dass ich doch mehr und mehr auch florale und floral parfümige dürfte mag und und auch häufiger auswähle ja für mich überrascht mich zum beispiel auch dass ich gesagt dass nicht mehr kategorisch ausschließe ja ich sag mal noch gar nicht so lange her da habe ich wirklich jegliche dürfte die irgendwie floral waren die waren einfach aus bei mir aber mittlerweile ich sag mal stehen die chancen gut 50 50 eigentlich dass ich den duft doch mag und auch genießen kann und gerade wenn es so ein bisschen leichtere so leicht frischere frischere frühlingshaftere florale düfte sind die mag ich mittlerweile doch sehr sehr gern was mich auch selbst ehrlich gesagt überrascht noch ein beispiel thomas er mochte nie bananen und bananen dürfte also alles was in die bananen richtung geht war nie sowieso wirklich seins und mittlerweile liebt er bananen dürfte wir haben jetzt auch zum beispiel gerade für wachs magie die letzten zwei restocks unheimlich viele bananen dürfte gegossen und er fand die mega und mittlerweile sogar richtig große hauswarmer mit bananen dürften weil er mittlerweile total auf dem bananen duft trip ist was mich mega überrascht wie gesagt noch vor zwei drei jahren hätte ich ihn mit bananen dürften jagen können also das war überhaupt nichts eins genauso überraschend und und ja für mich einfach mega faszinierend dass ich auch im laufe der zeit ja die die vorlieben in sachen dürften verändern können ja und wie gesagt sich einfach der duft sinn als wahrnehmungssinn auch verändert und weiterentwickelt finde ich persönlich mega mega spannend und ja demzufolge würde mich natürlich auch super super interessieren wie das bei euch aussieht ob ihr das schon festgestellt habt im laufe der zeit dass sich euer ich sag mal eure duft wahrnehmung verbessert hat ja oder b halt auch verändert hat also dass ihr früher dürfte mochte die ihr mittlerweile vielleicht nicht mehr mögt oder umgekehrt dass sie jetzt dürfte mögt wo er früher überhaupt nichts mit anfangen konnte ja würde mich echt interessieren also lasst mich oder uns da gerne mal teilnahmen und in den kommentaren oder gerne auch instagram einfach den hashtag an kerzenschnack und dann könnt ihr uns da gerne eure meinung zum thema mitteilen einfach eine kleine story machen vielleicht oder ein beitrag schriftlichen beitrag würde mich sehr sehr interessieren ja und natürlich haben wir auch wieder zwei tonne duft nasen heute mit am start die auch ihre meinung zum thema mit euch teilen wollen und ich würde sagen wir fangen einfach direkt an und schalten rüber zu der lieben michelle und schauen und hören mal was sie zum thema zu sagen hat hallo meine lieben heute bin ich wieder beim kerzenschnack dabei vielen lieben dank liebe andrea dass du mich wieder dazu eingeladen hast daran teilzunehmen und ja in den kommenden wochen werdet ihr mich dann hier oder da mal bei einem thema wieder sehen ja heute geht es um das thema duftempfinden bzw wie sich das empfinden verändert je länger man düftet manche haben ja da keine unterschiede oder nehmen keine unterschiede wahr was natürlich auch nicht schlecht ist ich bin froh dass ich unterschiede wahrnehmen und sich auch mein duft verhalten kann man das so sagen also die dürfte die jetzt dürfte die haben sich halt verändert ich muss sagen am anfang konnte ich so richtig schwere würzige dürfte nicht dürften also ich habe zum beispiel hier mal die farmers market mitgebracht das erste jahr wo ich angefangen habe zu dürfte hatte ich auch so ein paar gewürzt dürfte oder würzige dürfte das ging gar nicht jetzt mittlerweile finde ich den duft mega schön einfach nur fruchtig mit mit zimt nelken einfach so schön herbstlich auch konnte ich früher leider nicht riechen oder auch so sachen generell bären und zimt drin waren konnte ich auch nicht riechen zum beispiel habe ich jetzt hier mal joy and wonder von yankee kenne herausgesucht hätte ich den damals gerochen hätte gesagt um gottes willen was ist denn das für ein duft der geht ja gar nicht mittlerweile liebe ich zimt die gedüfte und auch bären dürfte und der hat beides der ist mega schön konnte ich damals aber auch nicht ran genauso wie ich glaube es waren aquatische dürfte da bin ich auch immer vorweg gerannt das ging auch gar nicht mittlerweile dürfte ich auch die oder wo ich früher auch mal weg gerannt bin bananen dürfte oh gott banane da könnte man mich ja mit jagen mittlerweile liebe ich banane das ist der pinaculada cha cha auch von sensi liebe ich ja das sind so sachen wo ich froh bin dass sich das geändert hat oder zum beispiel auch ja so sachen wie sowas hier zum beispiel die früher den berry mochi von yankee kenne der jetzt neu in der sommerkollektion ist den hätte ich früher auch nicht bestellt weil der so ja der ist halt foodie ne und ich kam früher mit foodie dürften überhaupt nicht klar für mich haben die immer nach magie gerochen und jetzt riecht es einfach wunderbar lecker nach vanille und so ein bisschen hauch von beeren ich liebe das finde ich mittlerweile richtig schön wenn man mal so ein foodie dürfte entdeckt der wirklich bombe ist dürfte ich jetzt auch wirklich sehr sehr gern oder was ich auch gern mittlerweile dürfte sind ja so mango dürfte mochte ich früher auch nicht so weil mango mir immer zu herb war mittlerweile dürfte ich die da habe ich wirklich kein problem mehr mit und es muss natürlich ein guter man gedürft sein das kommt noch dazu aber ansonsten ja habe ich mich auch da weiterentwickelt und jetzt dürfte ich eigentlich alles also ich sage nicht mehr nee das mag ich nicht das mag ich nicht klar karamell dürfte das ist immer so ein bisschen schwierig bei mir oder auch marzipan und mandel dürfte könnte ein problem sein aber ansonsten probiere ich alles gerne aus und ja bin auch sehr froh darüber denn so entgegen mir manche dürfte halt nicht mehr was mir früher alles entgangen ist hätte ich das gewusst ja hätte ich viele schätze noch hier zu hause haben kann man nichts mehr gegen machen was ich auch noch bemerkt habe ist dass ich auf jeden fall viel mehr wachs verbraucher als vorher wo früher sage ich jetzt mal so ein würfelchen gereicht hat brauche ich jetzt auf jeden fall schon zwei ich habe mittlerweile schon drei lampen hier im wohnesszimmer stehen und das werden bestimmt irgendwann auch noch mehr einfach weil sie so wunderschön aussehen ja aber früher hat es wirklich gereicht da ein so ein würfelchen rein zu hauen mittlerweile nehme ich da keine rücksicht mehr drauf also wenn der duft sehr sehr schwach ist haue ich in jede lampe zwei würfel rein ansonsten kommt in die lampe bei meinem sofa zwei würfel und in die anderen einer und das reicht dann meistens außer wie gesagt man hat jetzt einen schwachen duft ich glaube in die duftlampen also in die teelicht duftlampen haue ich mittlerweile auch ganze melz rein bevor ich da anfange irgendwas zu zerschneiden denke ich mir haue sie einfach ganz rein das hat sich auch bei mir so geändert und auf jeden fall was abbrennen von kerzen angeht da hat sich auch einiges verändert also ich brenne die nicht mehr ab ich stelle die nur noch unter den kennelwarmer weil ich sonst wenn ich die abbrenne sofort so ein doch geruch in der nase habe so nach ruß nach doch es geht gar nicht mehr ich bin immer richtig neidisch wenn manche leute sagen ja die kerze habe ich abgebrannt und ich denke mir mal so ich würde das auch so gerne können bei mir geht das nicht also so vielleicht so ein letztes stück wenn das nicht mehr warm wird in der lampe dann würde ich das auch noch abbrennen bei einer kerze wenn ich mir den doch zurecht gezogen habe obwohl das ja auch immer so eine sache ist auf eigene gefahr nicht dass das blas dann springt aber ansonsten kann ich keine kerzen mehr anzünden das geht bei mir leider auch nicht mehr da hat sich meine nase so dran gewöhnt keinen doch geruch mehr zu haben unter dem kennelwarmer weil es auch einfach viel intensiver darunter ist und wenn man diesen ruß nicht hat und dieses ganze drumherum kann ich die nicht mehr anzünden ich rieche sofort nur noch diese diese wachsnote mit dem ruß und habe vom duft gar nichts mehr früher habe ich die yankee kennels angezündet und habe die auch so wahrgenommen mittlerweile geht das nicht weil ich rieche nur noch wachs und ruß das brauche ich gar nicht mehr zu versuchen ja das ist so eigentlich zusammengefasst wie sich das verändert hat bei mir ich bin froh dass ich jetzt viele sachen dürften kann die vorher nicht gedüftet habe bin manchmal ein bisschen traurig dass ich die kerzen nicht mehr so abfackeln kann aber habe so natürlich auch ein bisschen länger was vom duft wenn ich die unter den kennelwarmer stelle genau ja ansonsten kann ich jetzt nichts berichten darüber ob die von der intensität her generell schwächer werden in der teelicht duftlampe da waren düfte für mich eigentlich immer stark und ja wie gesagt ich haue jetzt einfach gleich das ganze meld rein bevor ich da anfange zu stückeln das ist das einzige was sich bei mir geändert hat genau ich würde sagen ich gebe das wort wieder ab an andrea und wir sehen uns dann beim nächsten video macht's gut meine lieben ja vielen dank michael für deinen beitrag zum thema und für deine meinung sehr sehr spannend für mich auch zu sehen und zu hören dass es dir ähnlich geht und dass du auch ich sag mal im laufe der zeit düfte oder duftnoten duftkomponenten ja lieb gelernt hast die die eventuell anfangs oder vorher nicht so am herz lagen oder an der nase also finde ich mega mega spannend und ja ich würde sagen wir schalten direkt nochmal zur lieben burtschin rüber und gucken mal was sie zum thema ja mit uns teilen möchte hallo hier ist burtschin danke liebe andrea dass ich heute auch wieder dabei sein darf beim kerzenschnack und ja das heutige thema ist natürlich wie immer sehr spannend und interessant meine duftwahrnehmung ob sie sich verändert hat wenn ja wie ne und so weiter ich muss sagen meine duftwahrnehmung hat sich tatsächlich im laufe der zeit verändert also ich kann mich noch daran erinnern dass ich früher früher so 2013 2014 das war so die zeit wo ich so eingestiegen bin in die duftwelt sozusagen da habe ich sehr viele fruchtige düfte gedüftelt also das war irgendwie so mein einstieg ich habe sehr viel kirsche erdbeere mango also all sowas mochte ich immer sehr gerne habe ich immer sehr viel gedüftelt mache ich heute übrigens immer noch aber ich muss sagen mit der zeit hat sich meine duftwahrnehmung insofern verändert dass ja mit der zeit habe ich einfach immer mehr duftrichtung für mich lieb gewonnen die ich früher gar nicht so mochte also zum beispiel mochte ich früher nicht so gern aquatische düfte und ich muss sagen heute ist es immer noch nicht meine liebste duftrichtung aber es gibt schon immer mal so aquatische düfte wo ich sage der riecht toll oder der riecht toll also gerade so bei handmaid muss ich sagen habe ich immer mal wieder düfte dabei wo ich sage der ist echt richtig schön obwohl ich diese duftrichtung zum beispiel gar nicht mag zum beispiel gibt es von traum dürfte den almond and sea salt heißt der glaube ich den fand ich zum beispiel sehr schön obwohl ich diese eigentlich gar nicht so mag und auch generell so lavendel habe ich total für mich entdeckt ne also früher weiß ich noch dass ich lavendel dufte immer so ein bisschen muffig fand und ja so oma irgendwie ne und jetzt heute ich meine mein kanal heißt ja lavender vanilla ne weil ich lavendel dufte einfach so liebe und für mich lieb gewonnen habe dass ich gar nicht mehr also dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann wie ich ohne lavendel dufte leben kann sozusagen wenn man es jetzt gerade ganz dramatisch ausdrückt und ja also das habe ich zum beispiel gemerkt dass ich total der lavendel fan geworden bin oder auch so blumendüfte ne also ich war zum beispiel lange kein freund von flieder hörzinte das war alles nicht so meins ne weil ich immer so dachte das riecht irgendwie so ein bisschen oma ne alles so ein bisschen oma aber mittlerweile mag ich das auch total gerne ne also ich habe schon gemerkt dass je mehr ich auch ausprobiert habe desto mehr mochte ich dann auch verschiedene duft richtung also es man darf sich halt nicht so davon abschrecken lassen wenn man zum beispiel einmal einen lavendel duft hatte den man nicht so gerne mochte dass man dann sagt so ne lavendel dufte sind gar nicht meins ne also da muss man glaube ich schon immer so ein bisschen ausprobieren und so weiter nichts desto trotz gibt es immer noch nach all den jahren duft richtung die mir absolut gar nicht zusagen und ich glaube das wird sich auch wahrscheinlich nie ändern dazu gehören unter anderem kürbis dufte kürbis apfel dufte kürbis apfel zimt dufte herbst dufte generell ist auch nicht so meine welt ne und ich glaube das wird sich auch nie so richtig ändern es sei denn es wird irgendwann so der ultimative herbst duft kommen wo ich sage so der ist so toll ne den werde ich lieben aber im moment ist es eher es ist eher nicht so der fall ja genau also deswegen ich würde sagen also der die duftbeinehmung verändert sich auf jeden fall mit der zeit finde ich also ich finde auch je älter man wird desto mehr mag man auch andere dinge so ne also ich weiß noch ich meine damals war ich wie alt 22 23 da hat man schon auch so andere eine andere duftwahrnehmung ne auch was so parfums angeht also wenn ich überlege was ich damals so für parfums getragen habe also die würde ich heute jetzt nicht unbedingt mehr tragen ne also diese quietsch süßen fruchtigen düfte ja man wird dann irgendwann auch so ich meine ich bin jetzt schon 31 ne also da wird man schon so ein bisschen ja man entwickelt einfach sich weiter ne das ist einfach so und ja deswegen kann ich sagen ja meine duftbeinehmung hat sich auf jeden fall verändert und ja genau das ist mein beitrag zum heutigen thema und ich gebe zurück zu andrea und danke dass ich dabei sein durfte macht's gut ja vielen dank liebe burschen für deine meinung zum thema und ich kann das absolut nachvollziehen vor allem mit dem lavendel musste ich so ja aber ihr gesagt absolut konnte ich nur zustimmen weil ja für mich war früher auch mal lavendel wirklich so ein so ein ja der röstchen duft weil ganz ehrlich ich kann mich erinnern in meiner kindheit meine oma die hatte immer zwei sachen lavendelsäckchen in ihren kleiderschränken und wir hatten immer lavendel oder sie hatte meine lavendelseife am bade zu überlegen und irgendwie habe ich immer diesen diesen duft von lavendel mit meiner oma assoziiert und für mich war das immer so ein bisschen doch so ja so ein etwas altbackener duft aber wie gesagt über die jahre hinweg ich liebe lavendel in sämtlichen formen wir haben unheimlich viel lavendel im garten ich mache selber meine eigenen lavendelsäckchen ich nutze lavendel zum räuchern und für ganz ganz viele andere sachen als lavendel ist mega und gerade auch in duftkersten wachsen als einfach diese unterschiedlichen kombinationsmöglichkeiten die es da gibt diese unterschiedlichen kombinationen lavendel mit vanille lavendel mit zitrone so so viel lavendel marshmallow gibt es einfach so tolle kombination so leckere so mega tolle kombination also da hat lavendel dann irgendwie gar nichts mehr von von altbacken oder hausbacken und mittlerweile liebe ich einfach lavendel ohne lavendel würde gar nicht mehr geben genau also vielen dank für deine meinung zum thema so das soll es gewesen sein für heute wir haben uns heute mal ein bisschen kürzer gefasst muss ja nicht immer eine stunde werden mich würde auf jeden fall wie gesagt interessieren ob ihr das thema auch spannend findet und eure meinung zum thema eure eigenen erfahrungen zum thema ja eventuell auch was mich natürlich interessieren würde weil ich persönlich ganz ehrlich ich kenne niemanden in meinem umfeld der bisher gott sei dank mit zu kämpfen hatte mit einem geruchsverlust durch corona aber falls ihr jemanden kennt oder eventuell das selber erlebt habt würde mich ja echt mal interessieren wie ihr das empfunden habt und und auch ich sag mal wie lange es gedauert hat eventuell bis der geruchssinn zurück kam und vor allem ob ihr danach ja ob sich was verändert hat am geruchssinn und an der wahrnehmung wie ihr gerüche wahrnehmt also ob es sich eventuell eure vorlieben geändert haben oder ob ihr sagt dürfte die ihr früher mochtet kommen jetzt ganz anders bei euch an und mögt ihr nicht mehr oder umgekehrt also das würde mich auch mal mega interessieren falls da irgendjemand was zu berichten hat und natürlich falls ihr das teilen möchte natürlich ja gut das soll das gewesen sein ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß heute am sonntag mit uns ja ich und beziehungsweise wir wünschen euch noch einen wunderschönen sonntag und dann sehen wir uns in 14 tagen wieder zum nächsten kerzenschlag macht's gut bleibt gesund und bis bald